Er hat ja angefangen mit Barmer eigentlich, das Skandalspiel, muss man ja ganz ehrlich sagen, die sind dann Europacup-Sieger geworden, das darf man nicht vergessen. Wollen wir jetzt hinter der Linie oder nicht? Bitte? Für die Zuschauer, Entschuldigung, für die Zuschauer, muss ich das erklären. Peppi Schicklgrub war für die Zuschauer, da muss man sich erklären, ja. Fängt eine Flanke mehr oder weniger und der Schiedsrichter hat Tor gegeben, weil er der Meinung war, dass der Ball hinter der Torlinie war. War aber nicht, also ich glaube, es gibt kein einziges Bild, wo das war, oder Hannes? Nein, es gibt ja, ich glaube, irgendwann einmal eine Universität hat, glaube ich, einmal ein Dings gemacht, eine Studie. Ob das dann wirklich hinten war, weiß ich nicht, aber man darf es nicht gehen, einfach, der Linie und Richter ist am 16. gestanden, der kann das gar nicht sehen. Aber es ist bitter, weil ich habe es mit den Hösch über den ganzen Platz gespielt. Ich habe es Barmer wirklich dominiert, also es hätte ja nie zu der Szene kommen dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank.